Die UN hat vor kurzem einen sehr brisanten Bericht veröffentlicht. Demnach stehen ein Viertel der weltweiten Staaten vor einem Zusammenbruch, weil sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Und das kann dann für einen Domino-Effekt sorgen, der die ganze Welt mit in den Abgrund reißt. Alle Details in diesem Video. Los geht's! Jeder von uns hat in der Schule oder von seinen Eltern gelernt, dass man nur so viel ausgeben darf, wie man auch einnimmt. Weil ansonsten ist man automatisch pleite. Und selbst wenn man einen Kredit aufnimmt, also Schulden, dann muss das eigene Einkommen so groß sein, dass man gleichzeitig Tilgung und Zinsen von diesem Kredit zahlen kann, ohne sofort in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Das ist wirklich erste Klasse Wirtschaftskunde. Doch leider ignorieren fast alle Länder auf dieser Welt diese Binsen-Wahrheit. Und deswegen stehen wir jetzt vor einem historischen Ausmaß an gleichzeitigen Staatspleiten, welche über die Hälfte der Menschheit betreffen wird. Die United Press hat geschrieben, Zu deutsch, laut UN stehen über 50 Länder kurz vor ihrer Zahlungsunfähigkeit. In der vergangenen Woche warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass 52 Länder keine Möglichkeit hätten, ihre Schuldenlast zu verringern und kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stünden. Und das ist schon ziemlich krass. Schau dir hier mal seine ganz genauen Worte dazu an. Some 3.3 billion people, almost half of humanity, live in countries that spend more on debt-interest payments than on education or health. And yet, because most of these unsustainable debts are concentrated in poor countries, they are not judged to pose a systemic risk to the global financial system. This is a mirage. 3.3 billion people is more than a systemic risk. It's a systemic failure. Also das ist wirklich krass. UN-Generalsekretär Guterres bringt es wirklich auf den Punkt. Es handelt sich hierbei nicht mehr um ein systemisches Risiko, sondern bereits um ein systemisches Versagen. Das sind wirklich sehr, sehr deutliche Worte von ihm, die wir auch sehr ernst nehmen müssen, weil ich meine, Staatspleiten an sich, die gibt es ja schon immer. Und die kommen auch mit einigermaßen der Regelmäßigkeit vor. Die letzten Staatspleiten waren zum Beispiel Island, Argentinien und Russland. Und fast die Hälfte aller europäischen Länder sind in den vergangenen zwei Jahrhunderten mindestens einmal pleite gegangen. Allerdings ist das Ganze nie gleichzeitig passiert, sondern immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und die anderen Länder drumherum waren meistens mehr oder weniger stabil, um das Ganze abzupuffern. Nachdem wir aber jetzt 2008 die weltweise Finanzkrise hatten, führte dies zu einem massiven Gelddrucken und weltweit enorme Schulden in Rekordhöhe, die Schulden in jedem Einzelnen Land nämlich massiv angestiegen. Und dann kam 2020 ja noch Corona obendrauf, was zu vielen Corona-Hilfen in allen Ländern geführt hat. Und dadurch sind die Schuldenstände der Einzelländer wirklich explodiert. Tja, und jetzt haben wir den Salat. Wir haben dadurch nämlich nicht nur die höchste Inflation seit vielen Jahrzehnten auf der ganzen Welt, sondern jetzt stehen 25 Prozent aller Staaten auf der ganzen Welt vor einem Schuldenkollaps. Sie können die Schulden nicht mehr bezahlen und deswegen müssen sie Insolvenz anmelden. Und genau diese Situation, die könnte jetzt zu einem Domino-Effekt auch bei anderen Staaten und dort zu Staatsbankrotten führen. Weil wenn nämlich die ersten überschuldeten Länder ihre Insolvenz erklären, geraten auch weitere Staaten unter Druck und könnten dann ebenfalls in die Pleite rutschen. Ja, und wenn man sich dann mal die Summen anschaut, bei denen wir mittlerweile ja weltweit angekommen sind, dann hat das natürlich auch enorme Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte, die dann halt mit entsprechenden Zahlungsausfällen und Abschreibungen konfrontiert würden. Das würde wirklich den ganzen globalen Finanzmarkt betreffen. Weil der Grundsatz, der ist immer der gleiche. Die Schulden des einen sind die Guthaben des anderen. Nehmen wir mal ein ganz eigenes, einfaches Beispiel. Ich selber habe ja Immobilien und alle meine Immobilien sind über Kredite finanziert. Die Idee dahinter ist, die Mieter müssen für die Wohnung Miete zahlen und mit diesem Geld bezahle ich dann die Kredite. Im Juni hatte ich beispielsweise Kreditkosten von 12.000 Euro und diese wurden komplett durch die Mieteinnahmen abgedeckt. Würden jetzt aber plötzlich 25% meiner Miete pleite gehen und ihre Miete nicht mehr bezahlen, dann könnte ich auch nicht mehr alle Kredite mit dieser Miete bezahlen und dann wäre ich plötzlich mit 6.000 Euro im Minus. Und wenn ich dann keine anderen Einnahmen und auch keine anderen Rücklagen hätte, dann wäre ich ebenfalls pleite. Und dann könnte ich auch nicht mehr die Löhne von meinen Mitarbeitern mal bezahlen und dann wären die eventuell auch pleite. Du siehst also, das ist eine komplette Kettenreaktion. Also auch Personen, die eigentlich finanziell gesund sind, können durch diese Kettenreaktion ebenfalls in den Abgrund gerissen werden. Und deswegen haben wir jetzt hier ein riesiges Ausmaß an drohenden Staatspleiten weltweit und das kann dann wirklich sehr, sehr bitter werden. Und um diese ganzen Probleme zu lösen, die ganzen Schuldenprobleme, ja, und um auch eine neue weltweite Finanzkrise zu verhindern, muss man ja erst mal das Problem verstehen. Das heißt, sowohl die Staaten als auch die Politiker als auch die UN müssen erst mal das Problem verstehen, bevor sie es lösen können. Aber die Zeitung von Ehmt, die schreibt ja eindeutig, dass die UN die Probleme eben nicht verstanden hat und auch nicht die Politiker und auch nicht die Staaten. Die Zeitung schreibt nämlich, besonders besorgniserregend sei die dem internationalen Finanzsystem innewohne Ungleichheit, die in den Entwicklungsländern unverhältnismäßig stark belastet. Die UN stellt fest, dass afrikanische Länder viermal mehr Zinsen als die USA und achtmal mehr als die reichsten Länder Europas bezahlen müssen. Außerdem erweist sich die Umstrukturierung dieser Schulden als schwierig, da 62% der Schulden heute von privaten Gläubigern gehalten werden, während es vor zehn Jahren noch 47% werden. Also das sind an dieser Stelle gleich zwei große Denkfehler der UN. Die UN sieht es nämlich als besorgniserregend an, dass afrikanische Länder höhere Zinsen zahlen und dass jetzt mehr Schulden von privaten Gläubigern gehalten werden. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass es die UN weniger schlimm finden würde, wenn Afrika weniger Zinsen zahlen würde und wenn die Schulden eher beim Staat als bei den privaten Gläubigern leben. Und das suggeriert ja, dass Schulden bei privaten Gläubigern schlecht sind und dass Schulden beim Staaten gut sind. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch. Staatsschulden, wenn sie ausufern, sind ebenfalls kompletter Mist und Staaten können ebenfalls pleite gehen. Und ich finde es sowieso unglaublich schlimm, dass die Staaten immer mehr Schulden machen können, quasi Schulden ohne Ende, als wäre es das Normalste auf der ganzen Welt und niemand beschwert sich. Ich meine, was soll denn das? Wir Privatleute sollen keine Schulden machen und nehmen quasi bei einer Zahlungsunfähigkeit sofort die Insolvenz in Kauf. Aber Staaten nehmen quasi einen Kredit nach dem nächsten auf, nehmen extrem hohe Schulden auf, die sie im Leben nie zurückzahlen können. Nicht mal unsere Kinder und unsere Enkelkinder können diese Schulden zurückzahlen, die unsere Staaten jetzt schon aufgenommen haben. Aber da ist das plötzlich kein Problem. Und das ist einfach der riesengroße Denkfehler, den die Politiker haben, die Staaten und die UN. Solange unsere Politiker nämlich nicht verstehen, dass auch mal die Staaten endlich ordentlich haushalten und zeitnah ihre Schulden zurückzahlen müssen, werden wir aus dieser Spirale und aus diesem Teufelskreis einfach nie rauskommen. Und Staatspleiten sind dann einfach eine zwingende Konsequenz. Und selbst die USA steht ja jedes Jahr aufs Neue, kurz vor der Staatspleite und der Kongress, der muss jedes Jahr ein neues, höheres Schuldenlevel beschließen. Und würden die das nicht beschließen, dann wäre die USA schon längst pleite. Tja, und wenn ihr euch daran erinnert, was der UN-Chef ja gesagt hat in dem Video am Anfang, er sagte ja, ein Großteil der Staaten steht vor dem Kollaps und gibt bereits jetzt schon mehr für die Schuldzinsen aus als für Gesundheit und für Bildung. Und das wäre extrem schlimm. Okay, schauen wir doch mal an, wie es bei uns in Deutschland ist. Auf der Webseite bundeshaushalt.de kannst du nämlich dir die Kosten anschauen, die wir in Deutschland haben. Dort kannst du dir quasi den interaktiven Bundeshaushalt anschauen, in welchem Bereich die meisten Kosten anfallen. Und zum Beispiel im Jahr 2023 hatten wir Ausgaben von 476 Milliarden Euro. Hier sind das Millionen, aber das wird mit 1.000 gerechnet. Also Milliarden, 476 Milliarden. So, und auf Platz 1 liegt das Bundesministerium für Arbeiten Soziales, ja, mit 34 Prozent. Danach kommt Verteidigung, dann kommt Finanzverwaltung. Und auf Platz 4 steht die Bundesschuld. Also das, was wir an Zinsen für unsere Schulden zahlen müssen. Und das sind 42 Milliarden, 178 Millionen und 987.000 Euro für dieses Jahr. Und stehen auf Platz 4. Und damit stehen sie auch deutlich vor dem, was wir für Gesundheit ausgehen. Für Gesundheit geben wir 24.000 aus. Und für Bildung geben wir noch weniger aus, 21.000. Also selbst Deutschland, ja, unser Industrieland, unser Wohlstandsland gibt mittlerweile deutlich mehr aus für Staatsschulden, für die Zinsen, als für Gesundheit und für Bildung. Unsere Staatsschuld, die Zinsen, ist sogar genauso viel wie das, was wir für Bildung und für Gesundheit zusammen ausgeben. Das ist doch total krank, oder? Und deswegen kannst du sehen, auch Deutschland hat riesige Schulden und massive Probleme. Genauso wie der ganze Rest der Welt. Und die einzige Lösung, wie wir da wieder rauskommen, ja, wie wir uns vor einem riesengroßen, weltweiten Finanzkollaps schützen können, ist einfach das Limitieren des Finanzmarktes, zum Beispiel durch eine goldgedeckte Währung. Aber auch dazu hatte ich ja schon ein eigenes Video gemacht, was ich dir hier unten verlinke. Schau dir das mal als nächstes an, wie nämlich jetzt die BRIC-Staaten eine neue Währung einführen wollen, die goldgedeckt ist und damit das Finanzsystem, das alte mit dem Dollar und mit dem Euro komplett sterben wird.